Das ist Scoop, der Bagger. Wisst ihr, was er da macht? Er gräbt ein Loch, um auf dem Spielplatz einen Basketballkorb aufzustellen. Oh, pass auf, Scoop. Er fällt um. Versuchen wir es nochmal. Nein, so wird das nix. Wir müssen die Stange einbetonieren. Schaut mal, Leo bringt Teile für ein neues Fahrzeug. Einen Zementmischer. Wenn wir das Fahrzeug zusammengebaut haben, können wir damit Zement holen gehen. Oh je, ein Rad rollt weg. Oh, das Rad hat den Turm getroffen, den der Roboter gebaut hat. Hm, der Roboter baut den Turm wieder auf. Fertig. Schaut mal, er wirft mit dem Rad den Turm um. Das ist ja ein interessantes Spiel. Lasst uns die drei Räder an das Fahrgestell montieren. Oh. Jetzt die Kabine. Oh. Ein grüner Stoßdämpfer. Frontscheinwerfer. Ah. Kotflügel. Oh. Das ist eine Plattform. Oh. Die orangefarbenen Teile werden die Mischtrommel tragen. Und das ist die Mischtrommel. Darin wird der Zement transportiert. Und zum Schluss kommt noch ein orangefarbenes Teil obendrauf. Leo, wir müssen das vierte Rad montieren. Lass es uns suchen gehen. Wo könnte es denn sein? Hinter dem Baum ist es nicht. Hm. Oh. Der Roboter spielt noch immer mit dem Rad. Hallo. Ah. Roboter, möchtest du mal etwas Interessantes sehen? Dazu brauchen wir aber das Rad. Dankeschön. Fahr Leo hinterher. Alle Räder sind an ihrem Platz. Der Zementmischer ist fertig. Jetzt können wir Zement holen. Roboter, drück auf den Knopf. Die Mischtrommel dreht sich, damit der Zement nicht hart wird. Der Zementmischer fährt zum Spielplatz, um die Grube für den Basketballkorb aufzufüllen. Lass uns die Stange des Basketballkorbs in das Loch stellen, das Scoop ausgegraben hat und mit Beton auffüllen. Das genügt. Dankeschön, Zementmischer. Dankeschön, Zementmischer. Der Zement ist ausgehärtet. Jetzt fällt die Stange nicht mehr um. Los, du schaffst das. Klasse. Klasse. Super. Jetzt könnt ihr auf dem Spielplatz auch Basketball spielen. Schaut mal. Leo, Scoop und Lifty verstecken sich hinter den Rechtecken. Sie wollen sich neue Zeichentrickfilme anschauen. Und du? Such dir auch einen aus. Klick auf eines der Rechtecke. Schnell, bevor sie verschwinden. Hm. . . .